So Leute willkommen auf meinem Kanal. Mein Kanal Retro Cobra. Naja ein bisschen kann man daraus erkennen worum es da in Wirklichkeit geht. Retro Spiele, Retro Konsole. Aber es wird nicht nur Retro Themen behandeln. Auch Comics darunter und auch aktuelle Sachen. Ich werde mich pro Video Stück für Stück vorstellen. Aber ich werde das auch in einem Zusammenhang machen. Sprich wenn ich eine Konsole vorstelle, dass ihr auf diese Konsole in welchem Bezug sie da steht oder welchen Geschichten Hintergrund ich damit habe, das vorstellen. Und erstmal Entschuldigung wenn ihr dieses blöde Stativ hier sieht. Leider habe ich nur so ein billiges 15 Euro Stativ und die Aufnahme findet über mein Handy statt. Das alles ist mein erstes Projekt. Das ist meine erste sage ich mal Aufnahme, die auch online geht. Ich habe zwar einige Aufnahmen gemacht. Ja die erste Aufnahme die war viel zu lang. Viel zu sage ich mal langweilig wird wirklich. Hab mir auch überlegt was ich denn erzähle bla bla bla. Ob ich Skripte mache. Aber das Problem ist ich bin kein Mensch der irgendwelche Skripte abliest. Das ist nicht meine Welt. Ich bin jemand der frei sprechen kann und nur frei spricht. Gut dazu. Ja ich werde wie gesagt viele Themen mich selber darunter vorstellen. Auf meine Themen, meine Hobbys. Ein paar Techniktipps geben. Wie man was wieder in den Stand setzt. Auch Feedback geben. Und mit der Zeit wird sich ja zeigen wie sich das alles entwickelt. Es ist wie ich schon sagte meine erste Aufnahme. Ich bin ein bisschen auch nervös. Vielleicht merkt man das ja auch. Vielleicht auch nicht. Und alles das ist weiter wie wir mit der Zeit sehen. Zu den Themen die ich behandeln werde sind Beispiel Comics. Von Spiderman, Batman und alles wirkliche. Das sind die hier schon so ein bisschen fast aktuelle Ausgaben. Else habe ich auch. Hinzu kommt noch das Thema Nintendo. Schönen Gruß an das NNES Kommando mit den Nice Price Guide. Cooles, sag ich mal. Ja, kann man das Heft verbuchen. Keine Ahnung. Viele gute Informationen. Ist cool. Die Arbeit war unterhand angeblich eine neuere Version. Wir werden ja sehen was da rauskommt. Es ist ja von 2017. So. Eine super NES Nintendo Konsole. Dazu werde ich auch noch was erzählen. So wie der Gamecube. Der Gamecube war eins von meinen richtigen aktuellen Kontrollen die ich mir gekauft habe. Sega wird vorgestellt. Dann kommt hinzu noch Themen wie Simulationen. Überwiegend Flugsimulatoren. Das ist eins von meinen leidenschaftlichen Themen. Ich interessiere mich sehr viel für Flugzeuge und Flugsimulationen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Ballernshootern, sondern von richtigen Simulatoren, wo man wirklich das Flugzeug ein bisschen beherrschen muss. Und auch ein bisschen Hintergrundwissen darüber haben sollte. Ich spiele zwar auch so Arcade-Shooter und solche Sachen. Von Zeit zu Zeit einfach war ein bisschen Frust abzubauen, wie man so sagt. Oder wenn man nicht die Zeit jetzt großartig hat, um sich mit Simulationen zu beschäftigen. Diese Themen werden so mehr auf dem PC stattfinden. Und wir werden ja sehen wie sich das alles so entwickelt. Hinzu kommt noch eine Playstation 2. Playstation 2. Beispiel dies hier. Ist eine Konsole mit Standfuß. Das ist die Playstation 2 Slim. War auch eine von meinen Konsolen, die ich mir mal früher geholt habe. Jetzt habe ich mir wieder nach über 20 Jahren wieder welche zugelegt. Ja. Und das wird dazu gehören. Zudem ist es so, ich sammle solche Sachen. Das sind so meine, ich habe noch weitere Sachen. Also das ist hier so eine kleine Ausbeute, die ich hier so habe. Ist so eine NES-Konsole. Und werde dann vieles dazu erzählen, vorstellen, die Spiele. Naja das Piepen, das war jetzt was ihr wahrscheinlich gehört habt, die Spülmaschine. Dazu, ich werde nicht vieles schneiden. Gewisse Sachen, die mal passieren. So Patzer oder jetzt wieder das Pieck der Spülmaschine. Die vielleicht ein bisschen lustig da hinklingen. Ja, Spülmaschine, ich komme gleich. Ähm. Ey, schlimmer als eine Frau. Ähm. Ja, ist gut. Ähm. Dann werde ich nicht ausschneiden. So mal ein bisschen. Na ja, mit das Verfahren mal ein bisschen drinnen bleiben. Ich bin ein Mensch, der viel Sarkasmus abkannen auch hat. Und schwarzen Humor, verstehe Spaß. Wo, was ich überhaupt nicht abkann, sind Beleidigungen oder wenn Leute angegriffen werden. Man kann über Themen diskutieren. Man kann über alles, sag ich mal, eine Diskussion führen. Man muss aber auch einsehen, wenn gewisse Themen nicht ein Ende haben. Dann sollte man diese Themen auch einfach beruhen lassen. So. Ich werde noch dazu viele YouTube angrüßen. Wie André von Comic Fan 86. Den Creighton, den Kane. Dann Comic In. Dann die, äh, das NES Kommando. Ähm. Back to the Past. Klaus. Und viele weitere. Ich möchte ihn auch damit grüßen. Und vielleicht schaut man sich, sieht man sich. Bis dahin. Bis zum nächsten Video. Euer RetroCobra. Adios. Bis zum nächsten Video. 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 Bis zum nächsten Video.